Ein Bayern 3 Dorffest 2009 geben, hoffentlich mit euch allen. Also ganz egal, wo ihr in Bayern wohnt, ob im Norden, im Süden, im Westen, im Osten, hört weiter in Bayern 3, macht nächstes Jahr mit, vielleicht holt ihr dann auch so eine Superband wie Raymond zu euch in den Ort. Das war's von uns, die Konzerthighlights mit Raymond hört ihr am Montag in Bayern 3.